Und ich kann auch real life improvisieren. Echt? Ja, was machen wir jetzt? Ja, machen wir halt. Komm. Wir nehmen sowieso immer noch auf. Bring it on, baby. Let's get it on. Ihr Geschichtswissen haben sie aus Videospielen. Ihre Umgangsformen von Reddit und ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen und sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo, wir sind's. Hier ist wieder Ach. Ach sind... Ich bin der Jürgen und ich erzähle euch Geschichte, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Hier sitzt der Philipp und neben mir sitzt der korrekte Dominik. Wie gerne er das halt einfach hört. Nicht. Schön. Nicht. Wie geht's euch? Prima. Danke der Nachfrage. Und selbst? Tja. Wir müssen... Wir brauchen einen more American approach to this. Uns muss es immer total awesome gehen. Ach so, jetzt hab ich gedacht, wir brauchen vorher noch eine Werbeeinblendung. Ach so, auch das. Diese schöne Matratze von Kasper. Kasper. Blue Apron übrigens. Genau. Ach, total leckeres Essen. Und diese Unterhosen, das ist auch mal geil. Nie an die es, glaube ich, oder? Ich höre ja viel US-Sport-Podcasts und der eine, der ist halt auch total trocken und zynisch und sonst viel. Und der macht dann seine Einspiele oftmals selber und sagt, ich hab sie wirklich probiert. Und normalerweise sage ich das nicht, aber ich finde die wirklich gut. Ja. Ja, klar, ne? Ja, glaube ich dir. Beim Thema Unterhosen, Jürgen, fang nochmal an. Boah, das ist jetzt gemein. Hier, diese Vorlage. Die anderen beiden haben nämlich hier heute das Thema fast schon erraten und jetzt sind sie total gespannt. Denn es wird heute gehen um... Nacktheit. Penisse. Unter anderem. Ja. Also ich hab mir aufgeschrieben, es wird gehen um Religion, Rohkost und Penisse. Ah. Ist die Plural nicht pehnen? Pehnen? Das glaube ich nicht. Oh. Ist es wirklich? Aber schau mal nach. Nein. Es ist heute ein bisschen, heute ist mal wieder ein Experiment, denn ich hätte eigentlich, eigentlich sind es drei Folgen. Also heute gibt es eigentlich drei zum Preis von einem. Wow. Du hättest eine Einzelfolge über Rohkost gemacht. Aber die Folgen sind auch eine gute Idee. Da die Folgen aber eh umsonst sind und gratis auch, hab ich mir gedacht, kann ich auch alles, kann ich gleich alles zusammen. Made possible by Blue Apron. Made. Brought to you by. Oh Gott. Also ihr müsst euch heute ein bisschen konzentrieren, es werden viele Namen fallen, also es geht tatsächlich um drei, drei sehr, ich möchte mal sagen, visionäre Herren, die von einer großen Idee geeint wurden, aber wahrscheinlich kannten sie sich noch nicht mal. Okay. Wir fangen an mit Karl Wilhelm Diefenbach. Der wird am 21. Februar 1851 als Sohn eines Malers und Zeichenlehrers in Hadamar geboren. Worte ich am Diefenbach? Am Diefenbach in Hesse. Hadamar. Oh. Eigentlich hätte ich erwartet, dass ihr fragt, ob man Karl mit K oder mit C schreibt, aber dass ich von euch sowas nicht erwarten brauche. Oh. Karl mit K. Dem Vater nacheifern fängt er schon früh mit dem Malen an. Mit 16 vertritt er den kränkenden Senior bei dessen Beruf als Zeichenlehrer am Gymnasium. Mit 17 schlägt er ein Stellenangebot des Oberschulrats aus. Er fühlt sich zu höheren Berufen. Kennen wir das nicht irgendwoher? Immer ein gutes Zeichen. Ja, ein Karl, der was Besseres will. Yeah. Guter Start. So fängt eine gute Geschichte an. Ab in die Kolonien. Bis er es im Alter von 21 Jahren dann mit Stipendium auf die Königlich-Bayerische Akademie der Bildenden Künste in München schafft, verdingt er sich unter anderem als Bauzeichner und Fotografen-Gehilfe. Schon früh. Klingt erstmal sowohl plausibel als auch bodenständig. Wisst ihr schon, wer es ist? Werde ich jetzt nach jedem Satz fragen. Ja. Wenn wir jetzt vorhin zugehört hätten und den Namen nicht gemerkt hätten. Ja, eigentlich müsst ihr das wissen. Schon früh erreicht er mit seinen Gemälden eine gewisse Anerkennung. Statt jedoch regelmäßig in der Akademie zu erscheinen, zieht er es vor, für seine Familie zu sorgen. Das heißt unter anderem, dass er für den Vater, der irgendwie schon krank und zitterig ist, Bilder ausbessern muss. Also nachmalen. So, er findet, seine Eltern sollten einfach einen sonnigen Lebensabend genießen. Die Folge ist, er verliert sein Stipendiat. Er kann aber ganz gut vom Verkauf seiner Porträts und Kinderbücher, die er auch malt und zeichnet, leben. Kurz nach dem Vater und Mutter dahinscheiden, erwischt ihn der Typhus. Hoppala. Eine Muskelvereiterung zieht eine Operation am rechten Arm nach sich, bei der fast alle Oberarmmuskeln entfernt werden. Was? Um Gottes willen. Kann man den Arm da noch bewegen? Nicht mehr so richtig gut. Das ist ja ein Unschön. Kampf gegen die Krankheit dauert lange. Sehr lange. Nach zwei Jahren im Krankenhaus und ohne Aussicht auf Genesung, entlässt er sich selbst und beginnt sich mit Naturheilmethoden und Vegetarismus erfolgreich selbst zu therapieren. Okay. Der vergrübelte Arm, ja genau, hier, um die Frage noch zu beantworten. Der vergrübelte Arm bleibt und zwingt ihn, Schreiben und Malen mit links zu erlernen. Okay. Ach ja, die Pflegerin aus dem Krankenhaus nimmt er erst einfach mit und später dann zur Frau. Wie nimmt sie einfach mit? Steckt es so unter den Arm. Du kommst mit unter den Arm. Diese Geschichte spielt im Neandertal. Die Frage ist, nimmst du unter den linken oder unter den rechten Arm? Im Dezember 1880 wird Diefenbachs erster Sohn geboren. Jedoch ist das arme Ding beinahe lebensunfähig. Dann aber nimmt der Vater den röchelnden, wimmernden Wurm und legt ihn nach draußen in die Sonne. Ein Lachen erscheint auf dem Gesicht des Kindes. Und es überlebt und erhält den Namen Kurt Helios. Wow, okay, bitte lass mich raten, es geht so in Richtung Lichternährung. Nee, nicht direkt, aber so ganz grob vielleicht. Der Verfinder des Solariums ist doch offensichtlich. Ich finde das eine schöne romantische Geschichte bisher. Der Sohn wird von der Sonne geheilt und er soll fortan bekannt sein als Kurt Helios. Ist doch schön. Vitamin D. Damit ist dann auch gleich das Sonnenbad erfunden. Was es in der Geschichte bis dahin nicht gab. Mist. Die Naturheilkunde hat also einen wichtigen Platz in Karls Leben eingenommen und deshalb ist es nur konsequent, dass er sein Leben daraufhin komplett umkrempelt. Unterstützt wird er dabei vom Schweizer Naturheilkundler Arnold Rieckli und dem Begründer des ersten Vegetariervereins Eduard Balzer. 1881 tritt unser Karl aus der Kirche aus, die er als schmarotzend herrschsüchtiges Götzenpriestertum bezeichnet und schließt sich einer freikirchlichen Gemeinde an. Ein Jahr später wird seine Tochter Stella geboren. Im selben Jahr macht er auch eine visionäre Erfahrung auf dem Hohen Peisenberg und er nennt sich selbst zum Propheten. Er wird quasi zum Apostel für naturgemäße Lebensweise. Hat er zwölf Gebote mit runtergebracht? Das ist leider nicht überliefert. Aber ich verbute irgendwie sowas in der Art. Also er kommt runter und bildet sich Motz was drauf ein. Seine Erleuchtung. Okay. In der Zeit ist unser guter Karl nämlich schon ziemlich krass drauf. Er beschimpft den Fürsten von Nassau und Preußen als habgierig und herrschsüchtig. Und der Fürst ist der, der ihm ursprünglich das Kunststipendium bezahlt. Die Ärzte, die ihn behandelt hatten, nennt er doktorierte Esel- und Medizinpfaffen. Der Münchner Kunstakademie wirft der Lausbubengehabe vor. Lausbubengehabe. Das werde ich auch mal jemandem vorwerfen demnächst. Mit Priestern, Christen und Gott ist er sowieso ziemlich durch. Impfen ist auch furchtbar. Wie auch mit seinen übrigen fünf Geschwistern. Und insgesamt missfallen ihm eigentlich alle bürgerlichen Verhaltensweisen. Dazu gehören. Also kurzer Hinweis, so auch an die Geräte zu Hause. Wenn ihr euch irgendwann auffällt mit eurem Weltbild, findet ihr so 98% aller Menschen konsequent. Die ganze Zeit scheiße. Dann liegt es vielleicht nicht ganz an den 98%, sondern an diesem Weltbild. Aber du weißt jetzt gar nicht, vielleicht geht die Geschichte ja total gut aus. Vielleicht ist das ja der eine erleuchtete. Ronald McDonald. Genau, bürgerliche Verhaltensweisen findet ihr nicht gut. Dazu gehören Bier- und Weinkonsum, Tabak rauchen, Fleisch essen, Rasierung und, äh, Rasierung, Rasieren und enge Kleidung. So eine enge Kleidung. Was bildet euch ein? Tragt enge Kleidung. Finde ich auch total bürgerlich, diese enge Kleidung. Die Ehe beschimpfte er als, Zitat, gemeinen Zwang und Fluch beladene Frucht der Weltanschauung längst vergangener Zeiten. Und die Baggypans hat er auch erfunden. Na, besser, besser. Seine Vorstellungen von einem erfüllten und gesunden Leben sind ziemlich konkret. Erstens, Leben im Einklang mit der Natur. Ja, soweit waren wir ja quasi schon. Zweitens, Bewegung an der frischen Luft. Erstmal, ich sag mal, Punkt 1, Punkt 2 kann man ja erstmal so unterscheiden. Wen ist kontrovers. Drittens, muss man nicht so krass ausleben. Abkehr von jedweder Religion. Jetzt wird's schon schwieriger. Viertens, Ausübung von Freikörperkultur. Hui, jetzt geht's los. Fünftens, fleischlose Ernährung als Veganer. Okay. Und sechstens, Ablehnung der Monogamie. Also ich meine, die Highlights am Schluss, so würde ich mal sagen. Fortan verkündete er in München seine Lehren. Meistens ohne Hosen. Er steht da im Viktualienmarkt, oder? Ja, so ungefähr. Herhören, herhören. Das klingt jetzt natürlich skandalös, aber er trägt stets eine Kutte und Sandalen. Also er ist nicht komplett nackt. Aber er steht da und hält Vorträge, die er zum Beispiel nennt, über die Quellen des menschlichen Elends, Krankheit, Armut und Verbrechen und deren Beseitigung durch naturgemäße Lebensweise. Das ist mal eine catchy Headline. Und er überzeugt die Leute im Armdrücken. Mit rechts. Genau. Also ich habe das hier untertitelt mit Hosen runter für den Weltfrieden. Sozusagen. Das könnte eigentlich so ein neues Projekt sein, so nach Band Aid, Hosen runter für die Welt. Finde ich eigentlich schön. Es gibt ja auch, kennt ihr den Naked Subway Ride? Ja. Und der war jetzt erst wieder, der ist immer irgendwie im Januar, glaube ich. Ja, aber in Nürnberg war noch keiner. Doch, ich glaube, dass mittlerweile auch Nürnberg dabei ist. Und das heißt, dass du mit der U-Bahn nackt fährst? Nein, nein, nur ohne Hosen. Ach, und wer akzeptiert das? Also ist es so, dass du die Schaffner nicht treffen darfst? Nee, ist es ja nicht. Das Personal? Irregal, du hast ja, also du hast schon eine Unterhose an. Einfach bloß keine normale Hosen. Und grundsätzlich, aber das, nee, das erzähle ich euch später. Später erzähle ich euch noch was zu Nacktheit, zum aktuellen Rechtsstand. Und ansonsten nach Improv Everywhere gucken. Genau. Ich veranstalte das. Aufgrund seiner Lebensweise und Lehren nennen die Leute ihn ab da nur noch den Kohlrabi-Apostel. Ey, da wären so einfache Dinge gewesen. Er hat keine Hosen an. Und was ist das naheliegendste? Kohlrabi, meine Güte. Ich hätte ihn ja auch den FK Karl genannt, aber vielleicht kommt das ja noch. Ich hoffe für ihn und sein Geschlechtsteil, dass Kohlrabi eher mit seinem Konsum zu tun hatte, als mit den Dingen, die man so gesehen hat. Ähm, ja. Bei Karotten und dergleichen sehe ich ja noch einen, aber Kohlrabi ist doch ziemlich rund. Und grün oben. Den Sport seiner Zeitgenossen könnt ihr euch sicher denken. Die Verfolgung durch eben jene müsst ihr mir einfach glauben. Auch die ersten Geldbußen und eine Verurteilung wegen groben Unfugs lassen nicht lange auf sich warten. Moment, das ist grobe Unfug. Das macht sieben Mark. Die Folge ist ein Versammlungsverbot. Also er hat tatsächlich auch Leute um sich gescharrt bei seinen Vorträgen und war auch nicht nur auf der Straße, sondern hat auch sich in Kneipen und Veranstaltungsräumen hat sich getroffen. Leute, hört her, hört her, hört her, hört her. Seid nackt, esst nur den Kohlrabi, nicht den Hasen. Seid nackt, widersagte Monogamie und verhaltet euch wie die Karniköl. Und legt eure Kinder in die Sonne. Die Folge ist Versammlungsverbot. Also ergreift unser Kohlrabi-Apostel 1885 die Flucht und zieht sich in einen verlassenen Steinbruch bei Höll-Riegelskreuz im Isartal zurück. Ist mir eine gute Idee, weil, ey, wenn du da deine Ruhe hast und andere haben Ruhe vor dir, wunderbar für alle. Genau, da kann man mal ungestört ohne Hosen rumlaufen. Diefenbach gründet dort die Lebensgemeinschaft Humanitas und lacht sich seinen ersten Jünger an, den Wanderprediger Johannes Gutzeit. Am 8. Oktober wird sein zweiter Sohn Lucidus geboren. Lucidus oder Lucidus? Lucidus. Ich weiß nicht, ob meine Autokorrektur das hier verbockt hat, aber ich glaube, er hieß Lucius. Der Luzi. Kurz darauf erhält die Familien noch einmal Nachwuchs. Jünger Nummer zwei ist Nachwuchsmaler und heißt Hugo Reinhold Karl Johann Höppener. Schwieriger Name. Deshalb kriegt er von Diefenbach auch den Spitznamen Fidus und wird später zu einem der bekanntesten Maler Deutschlands. Ich weiß nicht, ich habe von dem noch nie gehört. Kennt ihr den? Der heißt so auch, der nimmt keinen Künstlernamen an oder so, sondern der wird dann quasi... Er übernimmt diesen Spitznamen als Künstlernamen und wird später als Fidus zu einem der bekanntesten Male. Millionen von Hörern klatschen sich gerade ins Hirn, weil wir ihn nicht kennen. Diese Dummköpfe. Aber dafür sind wir ja da. Genau. Diefenbach und Fidus werden 1888 wegen öffentlichen Unfugs angeklagt. Sie hatten ihre Kinder nackt sonnenbaden lassen. So ein Unfug. So ein Unfug. Diesem ersten Nudistenprozess Deutschlands folgt zweimal kerkerhaft. Ich wüsste gern, wo machen die das? Und wer kommt da vorbei, dass denen das stört? Das ist die gute Frage, weil eigentlich sitzen die ja ziemlich alleine in ihrem Steinbuch. Ich glaube vor allen Dingen, dass du heutzutage Kinder noch nackt rumlaufen lassen dürftest, dass das tatsächlich kein Unfug mehr ist. Und wir hatten ja schon mal die Frage, ob Schlägerei noch strafbar ist, noch Schlafbestand ist. Schlägerei an sich strafbar ist. Hat das jemand recherchiert? Nein. Aber ich bin mir auch sicher, dass Unfug definitiv kein Strafbestand mehr ist. Ja, ist das der Strafbestand? Erregung öffentlichen Ärger. Ja doch, das gibt es schon noch. Das ist wahrscheinlich das gleiche wie Unfug. Da müssten wir mal beim Rechtsbelehrungspodcast anfragen, glaube ich. Wir stellen mal eine offizielle Anfrage. Ja, sehr gut. Wieder auf freiem Fuß beginnen beide gemeinsam, an einem monumentalen Fries zu arbeiten. Ein Fries? Was ist ein Fries? Eine sehr gute Frage, Philipp. Ein Fries ist so eine Art architektonische Verzierung. Das ist hier irgendwie so, wenn man aus Stein quasi so dreidimensional was rausklöppelt, das dann irgendwann im Haus irgendwie angebracht ist. Aha, danke. Sie arbeiten an einem Fries, der auf einer Gesamtlänge von 68 Metern in Scherenschnitt ähnlichen Szenen nackte kindliche Fröhlichkeit und das persönliche Glaubensbekenntnis des Lebensreformers illustriert. Und gebaut war es ausschließlich aus Kartoffeln und Kohlrabi. Ich finde 68 Meter für irgendwie so ein Steinkunstding ordentlich. Ambitioniert. Ist es dann lebensgroß? Also sind die Kinder dann... Es ist 68 Meter lang. Es ist ein Kind! Ich habe nichts von nackten Kindern gesagt. Hast du nicht? Ich habe gesagt nackte kindliche Fröhlichkeit. Hä? Da habe ich jetzt mal nackte... Nein, so kindliche Fröhlichkeit. Man muss sich das mal angucken. Also es ist so... Ah, okay. Ich glaube tatsächlich, so nackte Kinder ist wahrscheinlich schwierig. Also es ist so ein bisschen... Man kann es nicht so ganz genau erkennen, glaube ich. Ich kann euch dann mal ein Bild zeigen. Okay. Doch noch vor der Fertigstellung überwerfen sich die beiden Künstler im Streit um die Verwendung des Erlöses aus einer kürzlich abgehaltenen Ausstellung. Also sie sind tatsächlich auch aktiv und noch ins soziale Leben integriert, stellen Bilder aus und sind gar nicht so uneuffolgreich. Noch. Noch. Wir sollten Kohlrabi kaufen. Nein, Kartoffeln. Nein, Kohlrabi. Nein, Kartoffeln. Nein, Kohlrabi. Der Streit eskaliert. Und zwar so weit, dass Fitus weiter nach Berlin zieht und kurz darauf verlässt auch Diefenbach den Steinbruch. Seine Frau stirbt und er nimmt die drei Kinder mit nach Dorfen. Oh je. Erstmal tragisch hier. Erstmal tragisch. Aber es wird jetzt noch viel tragischer. 1892 hat Diefenbach seinen ersten großen Auftritt mit dem Fries im österreichischen Kunstverein in Wien. Wie mit dem Fries? Das klingt mir jetzt wieder mit dem Tanzen oder so. Das ist doch 68 Meter lang. Wie kann er das mit dem Fries machen? Er hat es unter dem gesunden Arm und marschiert damit nach Wien. Wann sagen wir mal? Ich muss erst ausräumen. Es ist eine achtmonatige Ausstellung. Also tatsächlich, glaube ich, wenn man so einen Fries da irgendwo hinschafft, nimmt man das nicht auch gleich am nächsten Morgen wieder mit. Und die Kartoffeln treiben aus. Und es ist ein sensationeller Erfolg. Und es verschafft ihm Berühmtheit weit über die Grenzen Deutschlands und Österreich hinaus. Holla. In den ersten fünf Monaten allein werden knapp 80.000 Besucher gezählt. Wow. Die Leitung des österreichischen Kunstvereins jedoch haut Diefenbach übers Ohr und unterschlägt die kompletten Einnahmen. Charmant. Sehr nett, diese Österreicher. Ich möchte auch dort die Kartoffeln wieder ausspriesen. Lasst mich rein. Lasst mich rein. Das habe ich nur getan. Es wird noch viel besser. Also hebt euch noch ein bisschen was auf. Wenn du hier anfängst, Stimmen zu imitieren, dann fange ich auch an. Du weißt, wie das endet. Oh ja. Gib's mir. Diefenbach zieht einmal mehr weiter. Dieses Mal nach Ägypten. Der Diebbach zieht, weil die Kartoffel hat Durst. Momentan mal. Es ist doch das 19. Jahrhundert. Da ist doch Ägypten jetzt nicht gerade nebenan. Da läuft's halt rüber. Ja, aber es ist doch gerade mal da so ein bisschen noch Italien übers Wasser. Ach, drei Kinder unter dem Arm und dann geht's los. Ist doch schon da. Und das Fries kommt auch mit. Die Frage ist, ob er seinen Fries mit dabei hat, aber ich glaube nicht. Fries muss mit. Er steigt nämlich auch außerdem jetzt von Friesen auf Tempelbauten um. In Ägypten? Naja, was macht man sonst in Ägypten? Pyramiden haben sie schon. Baut man halt ein paar Tempel. Also tatsächlich baut er keine Tempel, sondern er plant Tempel. Aber ich wollte gerade sagen, ist das nicht eigentlich ein bisschen im Widerspruch gegen den Anspruch gegen sämtliche Kirchen? Oder ist er nur gegen die Kirche und nicht gegen Gottheit? Das ist ein sehr interessanter Punkt, aber ich glaube, ich habe es als Abkehr von jedweder Religion bezeichnet. Von daher hast du natürlich vollkommen recht. Also eigentlich verkauft er gerade seine Seele. In Ägypten. In Ägypten. Vielleicht kommt ihm genau die gleiche Eingebung, denn schon kurze Zeit später, im Jahr 1897, verschlägt es ihn zurück nach Wien. Die Stadt gründet eine Ehrenvereinigung zur Rettung KW Diefenbachs. Offensichtlich haben sie Mitleid. Man mag ihn. Man mag ihn. Aber auch das hilft ihm nicht recht weiter und er muss Konkurs anmelden. Alle seine Bilder werden verschleudert und, und das finde ich besonders bitter, teilweise sogar zerschnitten und die Rückseite als Mahlleinwand verkauft. Wow. Wir schummeln ein Kartoffel für den Namen deinen Künstler. Wir spenden sie auch eine. Echt so das Schlimmste, was du mit so einem Künstler machen kannst. Und wahrscheinlich wird sein Fries noch irgendwo in einer Kindertagesstätte an der Wand angebracht. Wobei die Frage für mich ist dann eher, ist es nicht schlimmer, wenn du einfach komplett nicht beachtet wirst. So ist ja so ein aggressiver Umgang damit. Das ist ja was, woran du dich als Künstler reiben kannst, wenn du wirklich Widerspruch erzeugst und Leute deine Sachen kaputt machen. Aber wenn die Rückseite deiner Bilder zum Neubemalen genutzt wird. Besser als die Vorderseite. Ja. Ne, also das ist schon ein ziemlicher Schlag. Also ich muss tatsächlich sagen, man kann verstehen, warum er irgendwie mit der Rest der Gesellschaft mit dem irgendwie nicht ganz klar kommt. Und irgendwie. Rudis Kunstterrestehandel. Möchten auch Sie gerne mal wieder malen? Nehmen Sie doch die Rückseite von diesem blöden Van Gogh. Wir zerschneiden es für Sie. Schnippe die Schnappe und Sie haben 1A Bildmaterial. Was es aber fast noch schlimmer macht, ist, dass die Presse das feiert. Also sein Absturz. Sie Meister des Nichtstuns, Titel zum Beispiel das Wiener Tageblatt und endlich zur Strecke gebracht, die ostdeutsche Rundschau. Wow. Was hat er denn getan, um es mit denen zu verscherzen? Die waren eher konservativ unterwegs. Also bisher das Schlimmste, was er getan hat, war, dass er ohne Hosen irgendwo in der Innenstadt umstand und gepredigt hat. Oh Mann. Aber er war auch ein rechter Klugscheißer. Niemand mag Klugscheißer. Wobei, ich finde jetzt Hosenlos klingt für mich danach, als er ein T-Shirt hat, aber keine Hose. Aber er hat ja eine Robe an. Ich meine, wenn er auch einen Rock anhält oder irgendwas, finde ich jetzt nicht wirklich schlimm. Scheinlich habe ich mir einfach gesagt, das war eine hosenlose Frechheit. Du musst dir aber auch bedenken, welche Zeit wir hier sind. Das sind ja doch relativ konservative Zeiten noch. Gut, das stimmt natürlich. In der Hochzeit der Hosen. Hosen waren total angesagt. Diefenbach plant, selbst eine Zeitung mit dem Namen Humanitas herauszugeben. Und er stellt erneut eine Ausstellung seiner Werke auf die Beine. Also er gibt noch nicht auf. Die Kartoffel sprießt wieder. Unterstützt wird er dabei von Bertha von Suttner. Ja, Bertha von Suttner. Klammern. Die erste Frau mit Friedensnobelpreis. Wow. Für was? Ihre Birnenkollektion. Für den Frieden. Was weiß denn ich? Kennst du nicht Bertha von Suttner? Die war halt sehr humanitär unterwegs. Also wofür die jetzt genau den Friedensnobelpreis gekriegt hat, weiß ich nicht. Aber die war halt sehr humanitär unterwegs. Ah ja, das ist eine voll befriedigende Antwort. Vielen Dank, Jürgen. Ja, kannst du mir sagen, wofür die Europäische Union einen Friedensnobelpreis gekriegt hat? Da reicht die Zeit nicht die Liste. Moment, die Frage ist, wo hängt ihr die um? Ist euch eigentlich bewusst, dass, weil den Friedensnobelpreis hat die EU bekommen und Person of the Year war mal you. Und ich bin neulich auf ein you, also du im digitalen Zeitalter warst du Person of the Year. Und als Bürger der EU warst du quasi, hier hast du den Friedensnobelpreis gewonnen. Und ich bin neulich auf ein Xing-Profil von jemandem gestoßen, der das bei Meriten und Honours und so weiter drinstehen hatte. Friedensnobelpreis, Jahr 2000 so und so viel und Person of the Year. Ein bisschen wie bei Big Lebowski, der hat auch so einen Spiegel, der aussieht wie ein Timecover. Und wenn du reinschaust, siehst du halt, oh, Person of the Year und es ist dein Bild. Ist aber eine gute Idee. Ich glaube, ich muss jetzt mal schnell noch, können wir kurz unterbrechen, ich muss mein Xing-Profil aktualisieren. Ich war noch nicht beim zweiten Unterstützer, den kenne ich aber nicht. Michael Georg Konrad. Michael Stranze. Schrieben der Quatsch mit Michael. Heute die Kartoffel. Schriftsteller und Naturalist. Was auch immer das genau bedeutet. Aber er war wahrscheinlich like-minded, wie man so schön sagt. Große Erfolge verzeichnet Tiefenbach mit diesen Projekten nicht. Aber er schadet in jeden Tagen zeitweise bis zu 20 Schüler und Jünger um sich. Mit so vielen Fans gründet sich die Künstlerkommune Himmelhof ja quasi von selbst. Aus dieser Kommune gehen später zahlreiche Alternativbewegungen und diese sogenannten Lebensreformer hervor. Also die tummeln sich in dieser Kommune. Tiefenbach selbst lebt noch immer nach den Maßstäben, die er ja früher bereits für sich aufgestellt hat. Ihr wisst schon. Naturkram, Nacktheit, Abkehr von Monogamie und so. Man erzählt sich, dass er stets mindestens zwei regelmäßig wechselnde Eisen im Feuer hat. Knickerdiknack. In seinem Testament schreibt er 1909 später über diese Zeit. Auf der Suche nach einer stillen, fügsamen, wie weiches Wachs mich umgebenden Weiblichkeit nahm ich die Maja mit zu mir, die ich als höchst anständig und meinen Bedürfnissen entsprechend kennengelernt habe. Ja, ja. Meine Bedürfnisse entsprechend. Das ist nur so, um euch ein Gefühl für sein Frauenbild zu geben. Von seinen Anhängern verlangt er ebenfalls die Abkehr von Monogamie, jedoch in die andere Richtung. Also die Anhänger müssen keusch sein, er knickerdiknack mit Maja und den ganzen anderen. Also Moment, das Ganze artet langsam in den Kunstharem aus, in dem man sich nur vegan bzw. vegetarisch ernähren darf, richtig? Ja, das trifft es ganz gut. Okay, spannend. Auch die Gehorsamkeit seitens seines Gefolges ist ihm stets ein großes Anliegen. Und so kontrolliert er beispielsweise die Post seiner Unterdauer, ich meine natürlich seiner Jünger. Okay. Die Künstlerkommune geht nach kurzer Zeit bankrott. Okay. Bis dahin hätte ich noch gesagt, ja okay, wenn die Leute das halt auch wirklich alles so wollen, okay. Aber bei so Kontrollsachen hört es halt auf. Das ist ja bei so Kommunen immer schwierig. Also wo fängt dieses Freiwillige, das Aufgeben des ganzen Bargelds, wo hört es auf? Und wo fängt der Zwang an? Genau das. Tiefenbach zieht erneut um, dieses Mal auf Capri. Der kommt rum, hey, nicht schlecht. Nicht schlecht, ja. Dort bringt er es zu Erfolg und Ansehen als Künstler, während man den Kohlrabi-Apostel in Deutschland sehr schnell vergisst. Nach einer erneuten Heirat, einigen Ausstellungen und einem Sanatoriumsbesuch beginnt Tiefenbach 1907 mit der Planung eines eigenen Tempels. Kurze Frage, warum heiratet du, gute Mann? Das ist auch eine der vielen Fragen, die an der Stelle unbekannt worden bleiben müssen. Ja, oder ist es ein ganz bewusstes, ich heirate und halte mich dann nicht dran? Na, ich glaube, dass der einfach im Alter auch wieder dann doch so ein bisschen von seinen ganzen Predigten irgendwie abweicht. Okay. Vermute ich jetzt. Das ist jetzt aber wirklich nur... Sie war wahrscheinlich seinen Bedürfnissen entsprechend. Oh Gott. Maja. Maja, wo bitt du? Oh Gott. Tiefenbach stirbt 1913 im Alter von 62 Jahren an den Folgen eines Darmverschlusses. Au. Soweit ich weiß, ohne Tempel. Also, er hat dann die letzten Jahre seines Lebens damit zugebracht, seinen Tempel zu planen, aber er hat es nicht mehr geschafft, ihn zu bauen. Tempel für sich selbst dann sozusagen? Ja, für sich und seine, ja, es ist ja schon fast, es ist ja schon fast eine Religion. Also, er hat Anhänger, er hat irgendwie konkrete Vorstellungen, er schießt die anderen zum Teufel. Aber wie geil das doch ist, du gründest eine Religion, die erst mal besagt, ja, Religion ist Mist. Ja, aber das machen doch alle, oder? Das ist doch, du, du, aus dem Grund... Der einzig wahre Glaube. Aus dem Grund gründest du doch eine Religion. Lass mich drüber nachdenken. Ah, okay. Fun Fact, 1927 wird in Wien eine Straße nach ihm benannt, 1945 eine in München und 2015 erhält ein Asteroid den Namen Diefenbach. Warum auch immer? Ja, ich glaube, Asteroiden gibt es inzwischen einfach ordentlich viele. Meinst du, sind die Namen ausgegangen? Nee, aber das sind auch ein paar verschobene Leute, die inzwischen Asteroiden nach sich benannt haben. Du meinst, wir haben gute Chancen? Ja, wenn wir es so weitermachen. Können wir dann noch unten ins Gesichtprofil noch dranhängen. So, wollt ihr noch kurz über Diefenbach reden, oder seid ihr bereit für Kandidat Nummer 2? Diefenbach! 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 Okay, also, dann redet. Schreibt man den mit T oder mit D? Mit D. Also, bei der Franke, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Gott, ich habe mich schon echt schwer getan, das immer wieder auszusprechen. Dabei ist es D eigentlich leicht, ne? So, habt ihr noch sonst Fragen? Ich habe noch eine Frage. Ist Darmverschluss wirklich der würdeloseste Tod, den es überhaupt gibt? Denk an die, Achtung, Spoiler, einer vergangenen A-Folge. Denk an dem, ich erhänge mich selbst in meiner eigenen Konstruktion, die mir hilft, aus dem Bett zu kommen. Und was ist mit dem Typ, der draufgegangen ist, weil der andere Typ in seinem U-Boot die Toilette nicht richtig bedient hat? Okay. Selbstreferentielle Podcast. Ja, das können wir. Also, Nummer zwei mache ich ein bisschen schneller. Der ist nicht ganz so interessant, aber der gehört auch irgendwie dazu. Der gehört auch irgendwie. Das klingt nach so einem Onkel, den keiner mag. Er heißt Richard Ungewitter. Richard Weizsäcker. Am 18. Dezember 1869 wird in Arthern in Sachsen Richard Ungewitter geboren. Das wird aber so nicht. Zunächst arbeitet er als Gärtnergehilfe, später gründet er eine Brotfabrik. Geile, steile Karriere, würde ich sagen. Nach deren Konkurs arbeitet er als Handelsvertreter. Hoppala. Und dann hat er Hip-Hop gemacht. Was? Und das sind die Begründer von Fettes Brot. Irgendwann lernt Ungewitter Heinrich Pudor kennen, der als Heinrich Scham und Ernst Deutsch Schriften über Nacktheit publiziert. Das inspiriert Ungewitter dazu, selbst zum Griffe zu greifen. Meinst du damit das Schreibgerät? Ja. Dann ist es gut. Was meinst du? Das Schreibgerät? Na ja, dann sind wir uns einig. 1903 veröffentlicht er die Broschüre Wieder nackt gewordene Menschen. Das Pamphlet wird insgesamt hunderttausendmal gedruckt und erreicht demzufolge ein großes Publikum. Liebes Tagebuch, gestern war ich nackt. Es war toll. Ich muss es jedem sagen. Punkt. Bis bald. Dein nackter Freund. Möchtest du damit andeuten, dass man nicht viel über Nacktheit schreiben kann? Doch, doch man kann über alles sehr viel schreiben. Ich möchte dich eines Besseren belehren. 1906 legt er mit einem Buch nach. Die Nacktheit. Untertitel. Die Nacktheit in entwicklungsgeschichtlicher, gesundheitlicher, moralischer und künstlerischer Sicht. Erstens, wie stelle ich Nacktheit her? Unter Kapitel A, Ausziehen von Kleidung. Unter Kapitel B, Ablegen von Kleidung. Unter Kapitel C, sorgfältiges Falten der abgelegten Kleidung. Siehst du, jetzt kommst du langsam dahinter. Das schlägt einige Wellen, sodass er das Buch tatsächlich sogar zweimal vor Gericht verteidigen muss. Erfolgreich. In einem Gerichtsgutachten heißt es, die auf Nacktkultur zielende Bewegung ist jetzt eine weit verzweigte und hat, wie solchen Bewegungen in der Regel, einen wohlberechtigten Kahn. Das ist eine geile Begründung, ne? Ja. Ja, aber Moment, mit der Argumentation könntest du ja alles begründen. Das ist so wie, ja, also, dass es da, sagen wir, Rechtsradikale gibt es in der Region. Ja, die gibt es halt und die sind weit verzweigt. Deswegen ist es okay. Genau. Geil. Nackt sein ist seinerzeit also schwierig, aber irgendwie auch cool. Nackt ist Fortschritt. Ungewitter schreibt weitere Bücher. Sein berühmtestes erscheint 1908 und heißt schlicht Nackt 2.0. Ah, fast. Nackt. The return of Nackt. The dark nackt rises. Der nackt halt strikes back. Im selben Jahr gründete er den zweiten deutschen FKK-Verein. Zurück in die Nacktheit. Die Vereinigung für hygienische, ethische und ästhetische Kultur. Der Klub bringt es immerhin auf rund 50 Mitglieder, vorrangig in Süddeutschland. Wer hat den ersten FKK-Club geklappt? Das war irgendein Essen, glaube ich. Zu dem habe ich leider keine Geschichte. Der war erstaunlich unspektakulär. Der war jetzt nicht ganz so spektakulär. Naked Lunch. Sein Buch Nackt, wie auch seine später folgenden Werke, sind immer wieder Stoff vor deutschen Gerichten, wie auch schon gerade angedeutet. In den meisten seiner Bücher ist Ungewitter selbst abgebildet. Die fabelhafte Welt der nackten Amelie. Ich gebe dir einfach kurz eine Pause. Lass alles raus. Mega gut, mega gut. Und dann mache ich weiter, okay? Nee, es reicht jetzt einfach. Also, meistens drückt er sich einfach selbst in seine Bücher. Natürlich nackt. Nackt. Im Wald. Ganz wichtig, im Wald. Es steht halt da. Ich weiß nicht mehr, warum mir das wichtig war, dieser Umstand. Aber es ist gleich tausendmal lustiger. Der Typ war nackt. Okay. Verheckt einfach. Der Typ war nackt. Im Wald. Mega funny. Aber tatsächlich ist das auch der einzige, glaube ich, rechtliche Hebel, den man gegen diese Bücher hatte. So wirklich die Abbildung seiner nackten Person. Vom nackten Bäumen. Diese Eiche war nackt und die Kastanie ebenfalls. Haben sie keinen Charme vor Bäumen? Wir können die nackten Tatsachen einfach nicht ertragen. 1911 gründet unser lieber Richard die Loge des aufsteigenden Lebens, die später in Treubund des aufsteigenden Lebens umbenannt wird. Zeitweise gehören dem Bund bis zu 800 Personen an. Also er hat es jetzt schon von 50 auf 800 irgendwie gesteigert. Das ist aber nach wie vor der FKK-Club oder was ist der Inhalt dieses Clubs? Wobei FKK-Club klingt echt nach Etablissement, um es höflich auszusagen. Das ist die Loge des aufsteigenden Lebens. Ich glaube, es geht ein bisschen in die Richtung wie bei Diefenbach. Er möchte da ein bisschen mehr rein interpretieren. Also es geht um FKK. Es gibt auch eine pro FKK-Mitgliedszeitschrift und oft kilometerlange Nacktwanderungen. Es gibt auch Nacktwanderwege in Deutschland. Ja. Und es gibt, glaube ich, einen, gibt es nicht sogar einen Tag des Nackt-Fahrradfahrens? Aber ich glaube in Holland oder so. Da hat man es die Tage erst drüber, ehrlich gesagt. Du glaubst nicht, was es alles an Angebot für Nackt-Tourismus mittlerweile gibt. Es gibt Nackt-Kreuzfahrten und Nackt-Feriendörfer und was weiß ich nicht alles. Nackt-Golf-Clubs und Wahnsinn. Aber das wollte ich euch alles an der Stelle gar noch nicht erzählen. Wir sind ja noch in den Wurzeln quasi. Kohlrabi oder Kartoffeln? Schwierig wird es ab 1923. Ungewitter kann eine Satzungsänderung durchsetzen, die Rassenhygiene und Bekenntnis zu einer politischen Partei von den Mitgliedern einfordert. Ab jetzt wird es eklig. Jetzt wird es eklig. Die Mitglieder verlassen, oft sogar in großen Gruppen, den Treubund, der darauf rasch an Bedeutung verliert. Sehr gut. Der Witz ist, dass Ungewitter schon 1910 eigentlich klar formuliert hat, dass er ein rassistischer Drecksack ist. Immer wenn du denkst, ach, der ist lustig, ein wenig harmlos, hat spinnete Ideen und meinetwegen fördert irgendwie eine heute existierende Subkultur. Nein, es müssen immer irgendwelche Typen offensichtlich Arschlöcher sein. Zitat. Würde jedes deutsche Weib öfter einen nackten germanischen Mann sehen, so würden nicht so viele exotischen fremden Rassen nachlaufen. Aus Gründen der gesunden Zuchtwahl fordere ich deshalb die Nacktkultur, damit Starke und Gesunde sich paaren, Schwächlinge aber nicht zur Vermehrung kommen. So, und das hat er geschrieben 1910 und da ist noch keiner draufgekommen. Ey, niemals hätte ich darauf kommen können. Es ist schon klar, dass es in diesem Jahrzehnt ist auch sehr en bouc war, sich die Richtung über Rasse auszulassen, aber aus heutiger Sicht war es so eine dumme Scheiße einfach nur. Aber ich finde es auch, also, vielleicht ist auch die Bewegung unter anderem anders, aber meine Erfahrung mit FKK, die ich jetzt nicht persönlich hatte, sondern einfach, was ich nicht eingelesen habe, was man so mitbekommt, da sind ja auch sehr viele Rentner dabei und allgemein geht es ja nicht wirklich. Der Dominik hat eigentlich noch einen FKK-Podcast, den er nackt aufzeichnet im Wald. Nein, aber, also diese, nur mit Kopfhörern. Hier, letztendlich, was dieser Herr sagt, ist ja, dass nur die, dass die schönen Körper sich erkennen sollen und paaren. Ja. Und das ist ja ein bisschen gegen, im Gegensatz zu dem, was heute die FKK-Bewegung... Nein. Nein, 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 aber das ist ja vielleicht, also die jetzige FKK-Bewegung, die geht ja da überhaupt nicht mehr hin, weil da ist ja sehr viel welkes Fleisch am Start. Ich glaube, das kommt tatsächlich darauf an, wenn du, also ich glaube einfach, wenn du einen FKK-Strand irgendwo, keine Ahnung, irgendwo beliebig an der Ostsee hast, dann hast du halt viele Leute, die gerade aus den neuen Bundesländern damals in ihrer Jugend, in dieser FKK-Bewegung, die da ja auch noch stärker verwurzelt ist, unterwegs waren und es immer noch tun. Aber es gibt auch heute Stand in der, boah, Neon? Ich weiß gar nicht mehr. Das ist sozusagen auch wirklich explizit für junge Leute, FKK, so Vereine und Reisen gibt. Ich wollte gerade sagen, ihr habt sehr krasse Schubladen, was FKK angeht. Das ist ein Bild, das eigentlich heutzutage überhaupt nicht mehr zutrifft. Lass uns später nochmal über FKK, so wie es heute ist, reden. Und Vorurteile ausräumen. Nö. Einräumen. Warum? Die Vorurteile sind das, was mich zusammenhalten. Ach, Wahnsinn. Sein Kokolores. Wo war man? Ungewitter. Bei Nugget. Ungewitter. Ihr wisst schon. Rassistischer Drecksack. 1953 erhält Ungewitter die Ehrenmitgliedschaft im Deutschen Verband für Freikörperkultur e.V. Hat er den selbst gegründet? Nee, nee, nee. Er lebt noch und er wird Ehrenmitglied. Fünf Jahre darauf stirbt Ungewitter exakt einen Tag vor seinem 89. Geburtstag. So, während Diefenbach jetzt also eher so der spirituelle Vordenker von FKK war, gilt Ungewitter quasi als Vater des FKK in Deutschland. Okay. Besonders interessant an dem Typen und das, warum ich ihn dann auch tatsächlich hiermit aufgenommen habe, ist, wie sich seine Bibliografie über die Jahre entwickelt. Ich lese euch mal die Titel der Veröffentlichung vor, die Ungewitter zu seinen Lebzeiten verfasst hat. Schieß los. 1903. Wieder nackt gewordene Menschen. 1905. Die Nacktheit. 1908. Die ethische Ketzereien, die Eiweißtheorie mit ihren Folgen als Krankheitsursache und ihre wissenschaftlich begründete Verabschiedung. Wow. 1909. Nackt. Eine kritische Studie. 1911. Kultur und Nacktheit. Eine Forderung. Ich glaube, er hat ein Thema gefunden. Ah, jetzt mach ich nicht. Du musst jetzt, gerade die zwei muss man in Folge hören. Sorry. Also, 1911. Kultur und Nacktheit. Eine Forderung. 1913. Nacktheit und Kultur. Neue Forderung. 1919. Die Forderung kehrt zurück. Rassenverschlechterung durch Judah. 1920. Nacktheit und Aufstieg. Ziele zur Erneuerung des deutschen Volkes. 1921. Rettung oder Untergang des deutschen Volkes. Nur für Deutschgeborene. Ausrufezeichen. 1925. Nacktheit und Moral. Wege zur Rettung des deutschen Volkes. 1934. Ausentartung zur Rassenpflege. Ein Weckruf in zwölfter Stunde. 1938. Deckschrift zur Impfung. Deckschrift zur Impfung. Also, man sieht schon, dass er sich thematisch so ein bisschen weiterentwickelt, möchte ich es mal nennen. In eine Arschlochrichtung. Wo es am Anfang echt nur um Schniepel geht, geht es am Ende schon wirklich um ganz klare rassistische, nationalsozialistische Ideologien. Dufter Typ. Jetzt will ich euch noch eine andere Geschichte erzählen. Und zwar die von August Engelhardt. Wie die beiden Herren vorher, gehört auch er zu den Pionieren der FKK-Bewegung in Deutschland. Am 27. November 1875 wird in Nürnberg August Engelhardt geboren. Also, einer unserer Homies quasi. Er bricht seine schulische Ausbildung am Gymnasium vorzeitig ab und beginnt eine Lehre zum Apotheker-Gehilfen. Zu seinen Hobbys zählen gesunde Lebensführung, FKK und Rohkost. Ich finde es immer seltsam, Ernährungsweisen als Hobby aufzuzählen. Okay, das muss ich jetzt, das habe ich ihm jetzt ein bisschen so hingedichtet. Ah, okay. Er befasst sich viel mit Rohkost. Okay, okay. Ich nehme alles zurück. Insofern ist es nicht. Im Herbst 1899 tritt der Jungborn bei, einem Verein für naturnahes Leben. Vegetarismus und Nudismus sind die Grundpfeiler des Vereins, wobei gerade Letzteres regelmäßig zu Konflikten mit dem Gesetz führt. Praktizierter Nudismus gilt derzeit, also wir sind 1899, als unsittlich. Die Situation wird verschlimmer dadurch, dass Vereinsgründer Adolf Just wegen unstadthafter Betätigung als Naturheilkundler verurteilt und eingesperrt wird. Engelhard ist unglücklich mit derlei gesellschaftlichen Konventionen und fühlt sich von der Zivilisation eingezwingt. Also reist er im Jahr 1902 nach Deutsch-Neuguinea im Pazifischen Ozean. Auf der Insel Kabakon kauft er eine 75 Hektar große Kokosnussplantage und lässt sich dort nieder. Er ist der einzige Weiße weit und breit. Frei nach dem Motto, hier kennt mich keiner, lebt Engelhardt frei von gesellschaftlichen Zwängen fortan seine Naturverbundenheit aus. Der nackte Weißmann. Nackt, versteht sich. Woher hat er denn das Geld? Der hatte reiche Eltern, glaube ich. Also der ist in reiche Verhältnisse geboren. Also merkt euch, wenn ihr reich geboren seid, könnt ihr auch nackt sein. Außerdem stellt er seine Ernährung um. Weil er Rohkost ja egal findet und es Kokosnüsse überall auf der Insel im Überfluss gibt, könnt ihr euch vorstellen, von was er sich hauptsächlich ernährt hat. Bananen. Unter anderem. Würstchen. Fisch. Auf seinem Eiland der Glückseligkeit strickt er aus seinen persönlichen Erfahrungen eine religionsähnliche Lebensphilosophie. Wie kommt uns das nur bekannt vor? Im Zentrum der Pseudoreligion steht die Sonne als Quell allen Lebens. Die logische Konsequenz, die Kokosnuss, die ja die Frucht ist, die der Sonne am nächsten ist, ist die vollkommenste Nahrung des Menschen. Moment, weil sie so weit oben ist? Genau. Wie logisch. Oh. Die Kokosnuss. Das kommt noch besser. Die Kokosnuss ist also, Zitat, das pflanzliche Ebenbild Gottes. Also die Sonne ist sowas wie der Gott und die Kokosnuss ist quasi sowas wie Jesus und Nacktsein ist halt sowas wie Beten. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Diese, ich nenne es mal Glaubensrichtung, wird als Kokoworismus bekannt. Ich hoffe, ich hoffe echt, dass die, es gibt auch die Statistik, dass weltweit so viel mehr Menschen durch Kokosnuss-Impact sterben, als von Haien getötet werden zum Beispiel. Und ich hoffe echt, dass sie quasi ihre Religionsausübung nicht unter den Palmen der Kokosnuss machen. Ich hoffe, Coco Chanel wird Mitglied. Coco Chanel. Coco der Affe. Also ich muss jetzt der Vollständigkeit halber an der Stelle erwähnen, dass die Idee angeblich aus Kuba stammt, also diese Kokosnuss-zentrierte Glaubensrichtung. Ich konnte aber keinen ernsthaften Beleg dafür finden. Vielleicht war es so ein Comedian und ein Typ hat es nicht so ganz verstanden und gesagt so, oh, voll die guten Punkte. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass unser Nürnberger die Kokosnuss nicht geklaut hat, sondern erfunden. So, dann ist die Geschichte hier einfach schöner. Wisst ihr eigentlich, wer die Kokosnuss geklaut hat? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Weißt du es denn? Du hast die Kokosnuss geklaut. Nein, nicht ich. Aber in der letzten Folge, in der letzten Folge, Spoiler. In der letzten, wie nennt man das? Was ist denn die Folge? Also der Chorus, die letzte Textpassage. Strophe. Strophe in Danke. Das war nicht eingefallen. In der letzten Strophe kommt raus, dass der kleine Affenjunge die Kokosnuss geklaut hat. Ah, ich dachte, das hört auf, mit du hast sie geklaut. Nein. Okay, wieder was gelernt. Ich dachte, jetzt kommt die Mega-Entdeckung. Ja, okay. Wir wollten uns halt auch mal über Sachen hinterhalten, die wirklich interessant sind. Ja, das wusste ich. Ich dachte nur, da steckt noch viel mehr dahinter. Nein. Es sterben ja auch irgendwie tausend Affen in dem Lied, oder? Marlon Brando hat sie geklaut. Okay, also, Kokowurismus. Damit nicht genug. Engelhardt ist außerdem davon überzeugt, dass eine fortwährende Ernährung von Kokosnüssen eine fortwährende Ernährung von Kokosnüssen führe Menschen in einen gottähnlichen Zustand der Unsterblichkeit. Doch Engelhards Spinnereien sind damit noch nicht am Ende. Wobei, im Moment ist ja so ein irrer Trend auf Kokosöl und Kokosfett, so in der Kosmetik und so. Vielleicht sind wir gar nicht mehr so weit weg da. Vielleicht sind wir da. Der war ein Pionier auf dem Gebiet auf jeden Fall. Er sagt nämlich auch, dass das Gehirn im Menschen ja der Sonne am nächsten liegt. Also es ist dann quasi das göttlichste Organ im Menschen. Und es kann ja wohl unmöglich seine Energie über den Stoffwechsel bekommen, weil der Stoffwechsel passiert ja im Darm und das ist ja tief unten. Seiner Theorie nach gelangt die Energie über die Sonne durch die Haare ins Gehirn. Was mache ich dann? Denn auf meinem Kopf sieht es eher Licht aus. Das ist das, warum ich meinen Kinn immer so in die Sonne recke, um zumindest über den Bart noch ein bisschen Restenergie abzukriegen. Für alle, die es nicht wissen, der Jürgen hat genauso prächtige Haare wie ich. Die logische Konsequenz ist, dass Kopfverdeckungen mumpeln sind, also in seinem Weltbild. Und das ist aber dann einleuchtend? Einleuchtend. Es gilt auch für anderweitigen Sonnenschutz, für Brillen und für Gekochtes. Warum auch immer? Für Brillen und Gekochtes. Na gut, aber so der Logik nach, es kommt ja irgendwie so Hitze von unten, das ist böse. Sonne von oben ist gut. Aber vielleicht wäre Gedörrtes wieder okay. Vielleicht wäre Gedörrtes, ja, in der Sonne gegartes. So, jetzt steckt man nicht viel Zeit und muss in eine solche ausgefeilte Theorie, um sie dann für sich zu behalten, oder? Nee, Bücher schreiben, Leute begeistern, Filme drehen, eine Betrachtung. Nennen wir es mal Marketing. Im Übrigen, wir haben hier gleich so ein Newsletter für alle Interessierten. Einen Namen für die von ihm geplante Glaubensgemeinschaft der Kokosnussanbeter auf Kabakon hat er auch schon. Kabakon, ey, Kokosnussanbeter auf Kabakon? Ich muss mich echt immer zusammenreißen, dass ich das richtig ausbreche. Die Namen sind super gut. Er nennt es Sonnenorden, äquatoriale Siedlungsgemeinschaft. So, da hätte man auch mehr draus machen können, finde ich. Das klingt schon wieder so geil, deutsch, überbürokratisch. Er ist halt deutscher. Als Marketingmaßnahme lässt er ein paar Werbeflyer in Europa verteilen. Und tatsächlich kommen Ende 1903 schon die ersten Erleuchteten zu ihm auf die Insel. Ein Vegetarier aus Holland. Ich hab einen Flyer gesehen, jetzt bin ich erleuchtet und isst mit dir nur noch Kokosnüsse. Den Namen von dem braucht ihr euch gar nicht zu merken, denn sechs Wochen nach seiner Ankunft auf Kabakon verstirbt er. Todesursache unbekannt. Von der Kokosnusser schlagen. Doch, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch. Ein halbes Jahr später kommt Max Lützow auf dem Eiland an. Max ist ein berühmter Dirigent, Pianist und Violinist, der der Gesellschaft ebenso überdrüssig ist wie Engelhard. Wow. Lützow ist begeistert von dem Sonnenorden. So begeistert, dass er viele enthusiastische Briefe in die alte Heimat schreibt, die dort auf durchaus fruchtbaren Boden fallen. Aus einem der Briefe. Unser Unternehmen ist kommunistisch. Jeder Kolonist wird Mitbesitzer. Ich bin geradezu entzückt von Kabakon und hätte nicht gedacht, dass es überhaupt einen Platz auf der Erde gäbe, der alle Anforderungen meines Ideals so vollkommen befriedigt. Ich habe die Überzeugung, dass jeder, der hierher kommt, auch hierbleiben wird. Moment, kommunistische Kabakon-Kokosanbieter? Die kommunistischen Kabakon-Kokoworisten. Das ist der Beginn des Kukluxklats. Okay, okay, okay. Am Schluss kommt raus, der Typ wollte einfach nur so eine Eintragung haben, die einfach so ein totaler Zungenbrecher ist, weil er einfach nur so einen super Gag abfeuern wollte. Den Zahn kann ich dir ziehen, dazu wird es nicht kommen. Er glaubt wirklich an die Kokosnuss. Auch Engelhard schreibt nach Hause. Auf einer Postkarte von ihm ist zu lesen. Wir leben hier permanent nackt und genießen fast nur Früchte, vor allem die heilige Kokosnuss. Stell dir mal für eine Sekunde vor. Du kriegst von irgendeinem Freund von dir diese Postkarte. Denkst du dir, oh oh, der war ein bisschen lang in der Sonne oder da fahre ich hin. Ja, da fällt mir ein, ich bin im Mai am Gardasee und ich habe deine Adresse. Was sind Städte, Felsengrabanlagen, Friedhöfe des Glücks und Lebens gegen mein palmengeschmücktes, Ozean umbraustes, sonnendurchglühtes Eiland? Kabakon ist ein Paradies, das ich kaum je mehr verlassen werde. Wie hasse ich Kleider? Der letzte Satz kommt einfach gut, egal in welchem Zusammenhang. Der lebt seine Ideologie, also der ist wirklich durch und durch. Wäre mal schön für ein Bewerbungsgespräch. Ja, ich hasse Kleider. Wir melden uns. Bisher ist er noch keine Arschgeige. Jetzt kommt der legendäre Jürgens Satz. Ja, warte mal. Komm gleich. Bleib dran. Es folgen weitere Neugierige, sodass teilweise bis zu fünf Anhängerengelhats gleichzeitig auf Kabakon verweilen. Also es waren nicht ganz die 20 oder 800, die die anderen zusammengebracht haben, aber immerhin. Ey, aber wenn die fünf für richtig gut sind. Wenn man das so in Kilometer umrechnet, die die anderen dafür auf sich nehmen mussten, ist das schon ganz ordentlich. Doch die Sonne scheint nicht ewig auf den Orden. Schon bald setzen Unfälle, Malaria und Mangelernährung der Glaubensgemeinschaft schwer zu. Wer hätte gedacht? Die Kokosnuss. Der schwer erkrankte Max Lützow verstirbt bei dem Versuch, zu einem Hospital in Herbertshöhe zu gelangen, nach einem Sturm auf hoher See. Er hat nicht genug Sonne abgekriegt. Herbertshöhe, wie der Name vielleicht schon verrät, ist die Hauptstadt der Provinz East New Britain auf der Insel Neubritannien in Papa Neuginea. Also es ist jetzt tatsächlich nicht so weit weg. Ich bin dann nach Bismarck, oder? Karl Peters. Nee, der Gag ist nur, heute heißt es Kokopo. Aber wenn ich das so nennen würde, würde das nur zu Verwirrung führen. Ich glaube auch Kabakon hat mittlerweile einen anderen Namen. Also Kabakon bei Kakapo? Neben Kokopo. Oh Gott. Nicht zu verwechseln mit Kickapoo. Und dem Chocopo von Final Fantasy. August Bethmann und seine Verlobte Anna Schwab treffen auf der Insel ein, als der kleine Nuggetyfer Rhein schon kurz vor dem Ende steht. Der kleine Nuggetyfer. Auch sie verfassen enthusiastische Schriften über die Insel und Engelhardslehrern. Bethmann ist Naturschriftsteller, was auch immer das genau heißt. Und die Schriften, die sie schreiben, werden logischerweise in Deutschland veröffentlicht. Aber Engelhard ist körperlich nicht mehr ganz auf der Höhe. Auf Drängen seiner verbliebenen Anhänger hin, also hauptsächlich Bethmann und seiner Verlobten, macht er sich auf nach Herberts Höhe ins Krankenhaus. Dort wird ihm ein gotterbärmlicher Zustand attestiert. Bei 1,66 Meter Körpergröße bringt er nur noch 39 Kilogramm auf die Waage. Wow. Da hat mein Oberschenkel ja mehr. Jetzt schneidest du ganz schön auf. Dazu kommen Kretze, eitrige Geschwüre und absolute Entkräftung. Also er kann sich kaum mehr auf den Beinen halten, als er da im Krankenhaus ankommt. Oh Gott, der Arme. Aber er genießt wieder und flieht schlussendlich aus dem Hospital zurück auf sein geliebtes Krabberkorn. Okay. Mit den Geschwüren und dem Eiter haben seiner Meinung nach nun auch die letzten schlechten Einflüsse seinen Körper verlassen. Dem Übergang in einen ätherischen Zustand steht also nichts mehr im Wege. Okay. Langsam beginnt aber auch Bethmann an der geistigen Gesundheit Engelharts zu zweifeln. Mhm. 1906 kündigt er in Deutschland seine baldige Heimreise an. Doch bevor er sie tatsächlich antreten kann, verstirbt er. Todesursache unbekannt. Dadada. Wie der Kokosnuss erschlagen. Ihr enttäuscht mich. Hat vielleicht der vorangegangene große Steil zwischen Bethmann und Engelhardt etwas damit zu tun? Naja gut, aber ich glaube, dass jemand, der 39 Kilo wiegt, kaum jemanden töten kann. Es gibt ja auch noch die Verlobte. Ach komm, ihr habt überhaupt keine Fantasie. Ja gut, oder ich meine gut, wenn du im Schlaf irgendwas tust oder vergiftest oder so, klappt das ja auch. Außerdem, du weißt ja nicht sozusagen, wie sein Gewichts- und körperlicher Zustand war, nachdem er aus dem Hospital wieder entlassen wurde. Vielleicht hat er ihm einfach eine Mütze aufgesetzt und ihm damit den Zugang zur Energie abgeschnitten hat. Oder die Haare abgeschnitten hat. Es gibt so viele Möglichkeiten. Die Verlobte ergreift jedenfalls kurz nach dem Vorfall die Flucht und tritt in den Dienst des Kolonialbeamten und Gouverneurs von Deutsch-Neuginea, Albert Haal. Das habe ich auch nur da reingeschrieben, weil ich nochmal darauf hinweisen wollte, dass wir in der großen Zeit der Kolonien sind. Ist das so? Ich wusste gar nicht, dass Deutschland Kolonien hatte. Nein, echt? Wer könnte denn sowas wissen? Ja, Bismarck. Muss man mal gucken, vielleicht gibt es das irgendwo zum Anhören. Vom Herbert. Engelhardt Werbeflyer werden immer absurder. Er will ein internationales, tropisches Kolonialreich des Fruktivorismus begründen. Moment, Vorschlag, wir drucken genau das als Flyer für diesen Podcast. Wisst ihr, was Fruktivorismus ist? Wahrscheinlich, dass du dich nur von Früchten nennst. Genau, das ist nur der Vollständigkeit halber. Und es sind aber, glaube ich, auch nur Früchte, die sozusagen, oder nur Dinge, die sie abgeben, ohne dass der Fruchtkörper stirbt, oder? Also bei Frutarien ist es ja so, die essen, wenn ich es richtig verstanden habe, nur Dinge, die dadurch nicht sterben, wenn du die Sache aberntest. Das habe ich jetzt nicht so weit recherchiert und das finde ich jetzt ganz schön gemein, dass du mich hier so blank dastehen lässt, aber... Ja, ohne Hose. Du hast bestimmt recht. Kannst du bitte nochmal Fruchtkörper sagen? Fruchtkörper? Habe ich so genuschelt? Nein, aber ich finde das Wort sehr befriedigend. Fruchtkörper. Also, dieses tropische Kolonialreich soll sich vom Pazifik über Südamerika nach Südostasien und Zentralafrika strecken. Ein Weltreich der Obstesser also. 1909 beginnt Engelhardt, eine zweimonatliche Zeitschrift herauszubringen. Titel? Für Sonne, Tropen und Kokosnuss. Zeitschrift für den Gottes... Moment, jetzt lass mich doch mal den Titel zu Ende lesen. Für Sonne, Tropen und Kokosnuss. Zeitschrift für den Gottesdienst, der Tat und für die Unsterblichkeit oder was dasselbe ist, für wahrhaftig, naturgemäße Lebensweise, Organ des Sonnenordens, äquatoriale Siedlungsgesellschaft auf Kabakon und des Internationalen Kokoworenbundes. Obstesser aller Länder, vereinigt euch! Ich vermute, dass auf dem Titelblatt kein Bild war. Doch eine Kokosnuss. Das ist ungefähr wie ein Satz von Immanuel Kant. Ja, es gab mal so einen, oh Gott, jetzt hab ich den Namen nicht bereit, der fällt mir gleich ein. Es gab mal so einen Werbetexter, so einen ganz berühmten Werbetexter, der einfach, wo heutzutage jeder sagt, ja, es muss alles kurz und prägnant und alles überflüssige weglassen, hat er einfach über komplette Seiten und manchmal sogar über mehrere einfach erklärt, worum es geht. Ist von ihm dieses Keks ist Fortschritt Plakat? Nee, von dem ist die rosane farbene Luft. Das ist das berühmteste von ihm eigentlich. Der hat Leuten, die getankt haben, Reifenluft, rosafarbene Reifenluft, als Zusatz zum Tanken kostenlos versprochen. Und das war so ein Bringer, dass sich kilometerlange Schlangen vor den Tankstellen irgendwie gebildet haben. Rosafarbene Reifenluft. Das war natürlich völliger Mumpitz, aber das hat total gezogen. Und jetzt, wenn ich den Namen parat hätte, würde ich hier so intellektuell wirken. Alfred Biolek. Als Hinweis mal danach googeln, es gibt ein sehr schönes Plakat, da steht groß drauf. Keks ist Fortschritt, ich glaube, es ist Balsen. Und da ist sehr beschrieben, warum der Keks das moderne Lebensmittel von heute ist. Das klingt nach einem Rumpfklub-T-Shirt. Bitte nicht schossen, ich habe Joghurt im Rucksack. Aber in aller Ausführlichkeit, da stehen dann auch so Dinge so, sie planen etwa eine Expedition zum Beispiel in die Tropen oder an die Pole. Dann ist Keks immer die richtige Wahl. Musst du mal durchlesen. Sehr großartig. So, nochmal zurück zu unserem guten Engelhardt. Die Kolonialverwaltung erklärt Engelhardt für geisteskrank und sorgt dafür, auch überraschend, eine überraschende Wendung in dieser Geschichte. Und sie sorgt dafür, dass keine weiteren Jünger nach Kabakon reisen. Auch die vegetarische Warte, das ist wohl sowas wie der Gegenentwurf zur Beef irgendwie, also ein Magazin für Vegetarier, gibt da eine Reisewarnung heraus. Was ich sehr schön finde. Südseetouristen hingegen entdecken Engelhardt derweil als skurrile Attraktion. Treten Sie näher, schauen Sie, der Kokosnussmann. Er ist nackt. Er glaubt, dass die Sonne Gott ist. Sehen Sie, staunen Sie. Jetzt ist mir der Typ wieder eingefallen. Er heißt Howard Luck Gossett. Ich weiß nicht, ob den schon mal jemand gehört hat. Shownotes. Ein ehemaliger Buchhalter Engelhardt schreibt in einem Artikel, wieder in der vegetarischen Warte, Diese Plantage wird genau nach denselben Grundsätzen geleitet wie jede andere. Nämlich Geld, recht viel Geld herauszuwirtschaften, auf Kosten der eingeborenen Kräfte. Die damals etwa 40 schwarzen Plantagenarbeiter, jetzt bedeuten mehr, müssen von Sonnenaufgang, früh 6 Uhr, bis Sonnenuntergang, abends 6 Uhr, Grashacken pflanzen, Nüsse sammeln und aufschlagen, Kobra-Dörren und wenden und so weiter. Ob in glühend heißer Drobensonne oder in strömenden Regen. Dabei werden diese Naturmenschen die größten Faulinser geheißen und bekommen schwere Prügel, sofern sie beim Ausruhen gerade ertappt werden oder sofern sie sich gegen die stramme Zucht auflehnen. Also auch der ist jetzt nicht der, wie soll ich sagen, aufgeschlossenste gegenüber anderen Kulturen. Engelhards Kommentar dazu. Ein Schwarzer ist eben noch lange kein Europäer. Als dann der Erste Weltkrieg ausbricht, wird Engelhard kurzzeitig interniert. Er darf jedoch alsbald auf seine von den Australien besetzte Insel zurückkehren. Fand ich auch interessant, dass die Australien Gebiete besetzt haben im Ersten Weltkrieg. War euch das bewusst? Nee. Ich bin ein bisschen weg, ne? Um einer Enteignung durch die Besetzer zu entgehen, verpachte er seine Kokosplantage an ein deutsch-australisches Pärchen. Das verschafft ihm mehr Zeit, um sich der Kunde von Halbpflanzen und Homöopathie zu widmen. Sag mal einer, man kann im Alter keine neuen Hobbys mehr finden. Es wird immer besser. Wie alt war er da? Gut, das muss ich nachschauen. In welchem Jahr sind wir? Wir sind 1918, 1917 sowas. Wann ist er geboren? Jetzt bräuchten wir gerade rechts oben diese kleine Zeitanzeige, weil es war einmal der Mensch, die man oben rechts im Eck aber auch immer noch gewunken hat. Hat die gewunken? Ja, manchmal hat sie geguckt oder war müde oder hat auch Emotionen gezeigt. Also er war 1875 geboren. Das heißt, er war 44, 43, 44 sowas. Aber dadurch, dass er halt so körperlich schlecht war, kann man davon ausgehen, dass er mal 20 Jahre mehr gefühlt auf dem Herbst hat. Das war eher so Hundejahre. Sonne hatte. Genau. Engelhardt stirbt im Mai 1919 an Auszehrung. Sein Testamentsvollstrecker ist gleich der Plantagenpächter. Vermachte, die große Bitte, bitte legt mich in die Sonne. Und damit war das Beef Jerky erfunden. Fast, er veruntreut einen Großteil der verbliebenen Kohle und Australien beschlagnahmt nach irgendeinem komischen deutschen Vermögensentteignungsgesetz den ganzen Rest. Moment, Australien nach irgendeinem deutschen Gesetz beschlagnahmt was? Na, die haben ein Gesetz explizit für deutsches Vermögen. Australien hat ein Gesetz für deutsches Vermögen. Ersten Weltkrieg, fragt mich nicht. Okay, cool. Ihr könnt mich aber fragen, wie groß dieser Rest war. Wie groß war dieser Rest? Sechs Pfund. Danke der Nachfrage. Was? Ja, also blieb quasi, nachdem der Plantagenpächter das durchgebracht hat, nicht mehr viel übrig. Ich kauf dir ein Eis. Mein Lieblingszitat von Engelhardt. Der Kokowore Sonnenmensch ist der Mensch, wie er sein soll. Die Kokosnuss ist der Stein der Weisen. Was sind Universitäten gegen eine solche Lebensweise? Wahre, weise Worte. Das sind schöne Worte. Ich kann euch auch ein Buch empfehlen. Es gibt ein Buch, der die Geschichte allerdings sehr ausschmückend von August Engelhardt erzählt. Das heißt, das Paradies des August Engelhardt. Doppelpunkt Roman. Eine Erzählgeschichte von Marc Buhl. Aber diesmal gibt es keine Verfilmung. Also ich habe da nur mal reingelesen. Es gibt jetzt keine Verfilmung, von der ich weiß. Es gibt allerdings auch noch ein schönes Buch, das ich auch noch verlinken werde, das August Engelhardt und August Bethmann zusammengeschrieben haben. Das heißt, hoch der Äquator, nieder mit den Polen, eine sorgenfreie Zukunft im Imperium der Kokosnuss. Oh Mann. Das ist mal ein Titel. Die Ritter der Kokosnuss fehlt noch. Die Ritter der Kokosnuss. Kann man dieses Buch noch käuflich erwerben? Das gibt es als Book on Demand. Also als Print on Demand. Books on Demand. Genau. Über Amazon. Nicht schlecht. So, das waren die drei Herren, die zu den wichtigsten Begründern der FKK-Bewegung in Deutschland gehören. Und jetzt haust du mal ein paar Funfacts über FKK heute raus. Ich fasse das nochmal kurz für euch zusammen. Wir haben einen kunstbegabten Kolrabi-Apostel, der seine Kinder mit Namen wie Kurt Helios straft. Wir haben einen schriftstellenden Antisemit, der sich im Vergleich mit den beiden anderen geradezu durch einen normalen Geisteszustand auszeichnet. Und wir haben einen verqueren Kokosnuss-Aremiten, der so durchgeknallt ist, dass es selbst die Kannibalen ihn verschmähen. Nun Tanja, jetzt musst du dich entscheiden. Sei Kandidat 1, 2 oder 3. Das ist jetzt so, wenn du dir überlegen müsstest, du müsstest mit dem mal jetzt so, sagen wir mal eine Woche auf dem FKK-Campingplatz in deinem Zelt verbringen. Okay. Wen würdest du wählen? Ich glaube, den am wenigsten rassistisch motivierten und dann vielleicht so als zweites Argument irgendwie den, wo ich mir denke, der brückt mich am wenigsten um. Beziehungsweise vielleicht lieber andersrum, so die Reihenfolge. Also dann bleibt eigentlich nur der Kolrabi-Apostel. Ja. Für dich. Aber der klang auch schon ein bisschen wie eine Nervensäge. Seid ihr euch da einig? Ich fand den eigentlich, der war ziemlich nervig, ja. Ja, aber lieber nervig als tot. Also ich würde, glaube ich, tatsächlich den dritten nehmen, weil der klingt einfach mega witzig. Ich mag halt auch Kokosnüsse. Ja, und solange du ihm dann nicht einfach gegen den Strich redest und sagst, du möchtest wieder aus seinem Eiland des großen Friedens irgendwie abhauen, glaube ich, lässt er dich auch am Leben. Naja, aber wenn da die Leute so gekommen und gegangen sind? Ja, also so oder so, ich glaube, ich kann für meinen Teil nie mehr unbeschwert nackt sein. Oder Kokosnüsse essen. Oder Kokosnüsse essen. Ich finde es ja eh spannend, wie viel gereist die Leute damals trotzdem sind. Ah, das fand ich auch. Stellt man sich immer unglaublich beschwerlich und kompliziert und vor allem wahnsinnig teuer vor. Naja, aber für diesen Engelhard war das eigentlich ganz logisch. Der wollte so weit wie möglich weg von der Zivilisation. Aber das finde ich. Es gab einfach keinen weit genug. Das finde ich aber völlig einleuchtend. Und diese 75 Hektar, die er sich da gekauft hat, das war dann auch annähernd die ganze Insel. Also da blieb nicht mehr viel. Naja. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das so eine Insel, wenn du die da irgendwo mitten im Nichts hast und die kaufst, dass die sonderlich teuer war. Ich glaube, das war gar nicht die Frage. Ich glaube, er konnte sich das Leben leisten. Es gibt auch noch so eine Legende, eine Legende nach, aber ich weiß jetzt nicht genau, ob das aus diesem Buch nicht einfach entstanden und frei erfunden ist. Sollte er auch ganz viele Bücher dabei gehabt haben. Und zwar so viele, dass er sich da eine Hütte aus Büchern gebaut hat und dann zugeschaut hat, wie Hegel und Kant und die ganzen Philosophen so nach und nach irgendwie vermodern und verschimmeln und dass er das irgendwie gefeiert haben soll. Aber ich glaube, das ist aus dem Reich der Sagen. Ja, aber sozusagen, warum sollst du auch ein Buch, dessen Inhalt du ablehnst, mitnehmen? Um dann zuzuschauen, wie es verrottet. Wie umständlich? Nein, wenn Geld keine Rolle spielt, kann man sich ein bisschen exzentrik erlauben, oder? Ich habe mir jetzt ganz viele Songs auf iTunes gekauft, habe sie auf eine Festplatte und dann habe ich mit dem Hammer drauf gehauen, weil ich diese Songs doof finde. Also ganz viel brauche ich euch jetzt eigentlich auch gar nicht mehr erzählen. Fakt ist, dass FKK in Deutschland heute wirklich, also organisiertes FKK, wirklich mit Mitgliederschwund zu kämpfen hat. Und der Grund ist eigentlich ganz naheliegend, es ist einfach viel mehr erlaubt als früher und auch viel mehr gesellschaftlich akzeptiert. Deswegen hat es Schwund? Das organisierte FKK. Ah, okay. Genau, im Osten gibt es ja sowieso diese große FKK-Kultur, als sie noch unter sich waren und also in den alten, in den neuen Bundesländern im alten Zustand quasi. Da gab es ja ganz viele FKK-Clubs und FKK-Strände und FKK-Vereine und da war so auch die Hochzeit der FKK-Vereine. Und da durftest du aber auch nur dann in so einem organisierten Rahmen tatsächlich das ausleben. Das ist heutzutage faktisch nicht mehr so. Also öffentliche Nacktheit ohne sexuellen Kontext ist strafrechtlich nicht verboten. Ja, ich habe mal, du darfst auch nackt Auto fahren. Du darfst nackt Auto fahren. Was passieren kann, ist, dass dir Nacktsein als Belästigung der Allgemeinheit ausgelegt wird. Ah, okay. Und da gibt es dann tatsächlich auch Ordnungswidrigkeiten mit Bußgeldern. Also wenn du nackt jetzt durch die Stadt läufst, kann das passieren. Grundsätzlich aber darfst du auch in der Öffentlichkeit nackt sein. Ja, du darfst, aber deswegen habe ich auch gesagt, du darfst Auto fahren, weil da bist du in deinem eigenen Bereich. Und Auto fahren quasi, wenn jemand in dein Auto reinschaut, ist er selber schuld. Genau. Da kannst du deswegen nicht belangt werden. Du darfst auch zu Hause in deinem Haus und in deinem Garten nackt sein, selbst wenn deine Fenster keine vorne hängen haben. Also das auch. Muss man ja nicht hinschauen. Genau. Also das ist dein Reich. Da darfst du sowieso fast tun und lassen, was du willst. Also das heißt auch, wie ist es, wenn ich einen Acker oder eine Wiese hätte, dürfte ich da nackt rumlaufen? Also grundsätzlich immer erst mal ja. Okay, okay. Also du darfst quasi niemanden damit belästigen und das darf keinen sexuellen Kontext haben. Also das heißt auch zum Beispiel ein, ich laufe nackt im Wald spazieren. Ja, grundsätzlich erst mal ja. Okay. Also dieser sexuelle Kontext ist wichtig. Das ist auch in den FKK-Vereinen nicht so, wenn du einen Ständer hast, fliegst du raus. Naja gut, ich glaube, so wird es jetzt auch nicht sein, aber sozusagen, wenn du an dir rum manipulierst. An dir rum manipulierst. Um es mal so auszunehmen. Das verstehe ich nicht. Kannst du mir das genauer erklären? Masturbation. Ah, okay. Oder Stimulation. Ah, das ist gemeint mit sexueller Kontext. Richtig. Okay. Geht es mir noch um Mastodon? Mascarpone. So, es gibt aber tatsächlich heute ein FKK, ein touristisches FKK-Angebot wie noch niemals zuvor. Also du kannst Kreuzfahrten, es gab eine Weile lang, die hat leider wieder zugemacht, aber es gab eine Weile lang eine Fluglinie, wo du nackt schliegen konntest. Es gibt nackt Golfplätze, es gibt nackt Campingplätze, Ferienanlagen. Aber was ich ja gerne wüsste tatsächlich, ob das jetzt heute mehr Nutzen in Summe als früher. Ja. Aber es ist weniger organisiert, aber es nutzen mehr. Ja, 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 aber okay. Weil, wie gesagt, soweit ich weiß, ich nehme mich da weit aus dem Fenster, war das aber in der, wie gesagt, in den neuen Bundesländern einfach, wie du sagst, mehr organisiert und deswegen, oder dein Argument mit, das machen viele alte Leute. Es sind halt, glaube ich, viele Leute, die in dem Umfeld dann groß geworden und damit sozialisiert worden sind. Naja, also ich glaube, tendenziell ist grundsätzlich überaltert dieses klassische Vereinswesen so ein bisschen. Genau, genau. Ich glaube, dass insgesamt in Vereinen der Altersdurchschnitt steigt, wenn es jetzt nicht gerade irgendwelche Sportvereine oder sonst was sind, aber grundsätzlich ist diese Kleingartenverein und Schützenverein, dieses Ganze, das ist nichts. Ziemlich alle Vereine. Das ist nichts, was irgendwie so groß Nachwuchs zieht. Und zum anderen gehört zu öffentlichem Nacktsein ja auch irgendwie so eine gewisse Selbstzufriedenheit oder so ein bisschen so dieses, ne, gewisses Selbstvertrauen kannst du es auch nennen. Du musst mit dir selber ein Stück weit im Reinen sein. Und das ist, glaube ich, ein Wesenszug, den du einfach über die Zeit erst dir aneignest. Den hast du nicht in der Pubertät normalerweise. Ja, okay. Und auch das spielt da natürlich mit rein. Aber das hat sich in den letzten Jahrzehnten auf jeden Fall auch krass geändert. Also es gibt dann ganz viele Badeseen, gibt es oben ohne und nackt Bereiche, auch wenn es nicht unbedingt ausgeschildert ist, wo das einfach so praktiziert und geduldet wird. War das in den 60er, 70er Jahren noch anders? Das kann ich dir jetzt nicht so ganz explizit nicht sagen, aber ich glaube ja. Ich glaube, dass das wirklich erst ein Ding der letzten 30 Jahre ist, würde ich sagen. Okay. Also ein sehr spannender Wikipedia-Artikel zum Thema Freikörperkultur. Der ist ellenlang, hat viele hübsche Bilder. Schaut mal rein. Cool. Achso, wir haben ja jetzt ein Outro. Jetzt kann ich ein Outro anspielen, dass wir gar nicht uns immer wieder hier in dem Kopf und Kragen reden müssen. Ja, viele grüße ich ja auch an. So. Wie uns das. Spiel das mal ein und lass es langsam. Schicke Audio. Intro. Jetzt geht der Folgenende. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuhören. Bitte bewertet uns auf iTunes. Folgt uns auf den sozialen Medien. Bis bald. Sagen der Dominik. Du wolltest sagen der korrekte Dominik. Der Jürgen. Und der Philipp. Ciao. Und das war ACH, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Hast du die Tür jetzt aufgelassen? Achso, war die zu? Ja. Sorry, bei mir zu Hause gibt es keine Türen. Es ist ein Funks im Salon. Wir halten auch nichts von Kleidung. Das ist immer die Standardfrage. Auch meine Kinder erziehen. Oh Mann, Dominik. Hast du auf meinen Rechner geguckt, während ich draußen war? Was? Echt? Schönes Thema heute. Hast du nur Distan-Camps um? Hört jetzt auf. What? Nacktheit? Ich bin doch so prüde. Ich glaube, wir fangen an. Achso, Moment, ich muss ja anfangen. Ja.